Und damit... Hallo meine Pokéfreunde, Pokédein und willkommen zu einer neuen Folge Mute Mads Deluxe. Heute werden wir die restlichen Bonus-Level hier in diesem beiden Level machen und in den Vieren. Ja, und fürs Erste brauchen wir den Jumper. Also ich werde oft kappen, wie ihr schon letzte Folge gesehen habt. Einfach weil es sonst zu blöd ist und ja... Letzte Folge war vielleicht ein bisschen zu kurz, dafür entschuldige ich mich. Aber ich werde mal schauen, also die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger, zumindest versuche ich's, okay? Okay? Denn ich nehme alles nacheinander auf, damit ich später nicht mehr machen muss, sondern nur noch bearbeiten. Wahrscheinlich bearbeite ich alles danach. Keine Ahnung, mal schauen. So. Auf jeden Fall ist das schon nah am Ende, sag ich mal. Okay, warten. Das ist schon lange her. Ich kann mich an diesen Part hier gar nicht erinnern. Also ich meine, mit Part war ich an diesem Ort. soll ich denn nicht mehr. Und ja... nach dem Check vorher so kurz vom Ziel, also nicht kurz vom Ziel, aber nah beim Ziel. So ist sie. . away from焦 not getting the sterben. so unter ste販 die noch schwe clash grouped. g wie da wenigstens mit kassel zu sterben es ist einfach ganz dreist sein also man kann es im hintergrund sehen aber wenn man es im hintergrund sieht dann ist man schon zu weit weil man kann ja nicht mehr zurück von vorn nach hinten oder ich glaube nicht das habe ich schon ein bisschen dreist finde ich also es ist meine meinung finde ich halt schon so kommen mehr plattform kann ich von ja nicht okay und jetzt ist es hier und wo hinten glaube ich doch also ich bin natürlich mein bestes hier zu überleben in diesem einfachen level die warte ich glaube muss hier hoch genau man muss niemand kommt drauf du bist hier wenn du davor gehst hast du keine chance nach wie man sie zum hintergrund hier ist einfach hier das v-land und natürlich ist es schwer war mal den hochjumper hat alle lebt alle Orte Bundeslevel Orte die man nur mit Hochjumper erreichen kann sind schwer nein du triffst mich nicht haben wie neid ich bin dann ausgewischt haben mehr kommen nicht können wir es schaffen vielleicht ich weiß nicht hier auf jeden fall mein bestes und um ein paar was ist das für eine Passage was ist das das macht verarsch mich noch nicht nein nein stets hier rüber rüber hier ist ich muss nicht mal alle killen und darum ist die 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 kommt doch hat mich killen der die ja ich mich nicht der ist der da aber bin ich nicht machen. Ich muss sagen, ich habe wirklich gar keins von diesen Leveln, habe ich mir angeschaut, wie die aussehen, weil ich mir das alles klein mache. Okay, das ist Ziel. So gut. Als nächstes brauchen wir den Shooter. Genau. Und... Ach, okay, ich weiß, es ist genau beim Checkpoint. Es ist hier hinterm Checkpoint so. Also es ist halt beim Checkpoint, sagen wir es so. Ja. Das Level, herkommt sie schon. Da, damals hatte ich ja glaube ich Probleme bei dem Level. Momentan glaube ich, oh, hoffe ich, nicht. Also mit diesem Schuh, da kann man auch weiter schießen. Das ist auch so jetzt gestorben. Also es ist besser für dieses Level. Doch, man sollte auch das für das Level benutzen, oder? Klingeling, okay, okay, kein Hit. Kein Hit, ich bin Profi. Ja, wenn er genau dann schießt, ne, habe ich auch... So, ich habe gerade voll Angst, dass sie mich tötet. So, warte, warte, ich möchte nur der einen... Oh, manu... Manu... So, also nachdem ich das hier... Äh, geholt habe, das Level, geschafft habe, werde ich nochmal nachschauen, wo die in den anderen, in der anderen Welt sind, also in den, drei, ja. Ich wusste gar nicht, dass das so Welten sind, ich habe einfach gespielt, Punkt. Ich wusste das, ehrlich nicht. Das ist, das ist lol. Lol, heißt das, das ist richtig lol. Ich weiß, dass du das Master, das musste ich jetzt auch, aber ich habe zu spät gescheckt, weil ich doof bin. Ich habe auch nie gemerkt, dass immer, wenn die so, wenn die Steinblöcke boom machen, dann bewegt dich, ähm, Max, also so heiße, glaube ich, der unser Charakter, äh, so komisch macht, so als wenn man getroffen wird. Dieses eine, dieses eine, wie nennt man das? Hier ist der Checkpoint, hier ist ein Gegner und da ist es... Ich weiß nicht, ob, also ich finde den, das Upgrade hiervon irgendwie unnötig, weil es macht einfach nur höhere Range, also größere Reichweite und ich weiß nicht, ob es das wert ist, ehrlich gesagt. Ich dachte gerade, ich hätte zwei Hits und bekommen, also zweimal getroffen würden, aber nee, zum Glück nicht. Ich kann nicht treffen. Am besten jetzt. Nichts nicht töten, egal. Aber ja, ich habe noch ein Herz. Lol. Wusste ich nicht. Habe ich nicht gesehen? Habe ich jetzt gesehen? Vielleicht zu spät, ich weiß es nicht. Egal, ich habe einfach nur geschaffen. Wir hatten Checkpoint schon, ne? Okay, das ist schwer. Ach, ich habe ihn gekillt. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein, da war das Ziel. Nein, nein, nein. What the flip? Da war das Ziel. Da war das Ziel. Ja, jetzt, jetzt will ich einfach nur durchwaschen. Das merkt man, glaube ich, oder ich war einfach jetzt nicht durchwaschen. Ich muss einfach nur wieder dahin zum Ort gehen, wo ich war. Ja, das war klar. Ja, das war klar. Das war klar. Jetzt bin ich so konzentriert, weil ich dachte, ich hätte es schnell wie jetzt geschafft, weil ich so ein Skill habe, ne? Habe ich ja auch voll. Okay, habe ich irgendwie schon, aber meistens benutze ich nicht aus irgendeinem Grund, weil ich einfach, 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 weil Baum, okay? Ja, und ja, ich merke, merke ich euch das, ja, daumen. Okay, ich höre ja schon aufbaue zu sagen. Man, oh, 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 oh. Ich habe doch nur... schaffen. Vielleicht wird's auch nix mit den anderen... Nein, ich bin einfach nur gerade so schlecht, weil Sie nicht so... Nein, es ist nicht, wieso, dass ich nicht... Boah, Ren, endlich mal ausgewischen von diesen Kaxen. das ist das gleiche nur das ist andersrum ist das erst mal von unten nach oben geschossen will er statt von oben nach unten eigentlich ist es gleich schwierig meiner meinung nach also wenn das jetzt nicht gekommen wäre ich schwöre ich werde so ausgerastet wir haben da die linke hälfte haben wir alles voll jetzt kommt die rechte hälfte und ich würde sagen diese welt machen also diese vierte welt hier machen wir dann in der zweiten folge werden die jahre zu finden in der 13 von kann zusammen mit hier ein paar level aber nicht alle von hier weil ja rüstung und dann im 14 folge werden wir dann etwas anlocken ja ich werde mir eben schauen wie ich diese beiden hier und dann habe ich schauen wie ich wieder oben okay also ich habe nachgeschafft für beide braucht man den jetpack dass er das eine hier in diesem level ist einfach zu finden okay das ist schon für es ist versteckt aber möglich aber beim zweiten level das ist krank es ist noch kranker als das von vorhin also das von letzter folge mal nicht sorry ich nehme das alles in einem aufrufen zu wissen es ist einfach kranker wenn es überhaupt gibt es mir egal und ich bin dumm das wissen wir alle es ist einfach ich hatte doch dieses vorhin oder egal ihr wisst dass ich da dieses eine level gefunden hat was richtig versteckt war das war einfach wo ich der hoch springen musste ich weiß nicht welche folge das war wir entschuldigen mich dafür aber auf jeden fall ist es ist das hier im nächsten level noch kranker also das ist wenn man das rausfindet dann ist man echt nicht können hier einfach nach links gehen und so weit fliegen wie möglich so wie jetzt und dann ist man da einfach einfach nicht schwierig die schwierig ist es ist noch okay ich meine man sieht ja dass man nach links gehen kann dann sieht man aber auch über ein laber okay ich sollte umkehren aber wenn man das hier schon hat wenn ich gerade habe mit dem jetpack dann sollte man vielleicht überfliegen zumindest weiß ich nicht auch mal auf die idee kommen weil ich schon ja alles nach kein bock alles jetzt wieder neu zu sagen egal so sagt ach und noch ein update auf mein mikrofon ich werde da wahrscheinlich noch ich werde einlegen also vielleicht anzeige oder sowas so langsam habe ich das gefühlt ist getrugen also nicht dass es das mikrofon dass die leite leute damit sind aber dieses eine dieses bestellen das bestellt habe aber die wollen sie nicht geben aus dem grund den ich nicht weiß keine ahnung vielleicht haben keinen bock da haben keinen bock was zu bezahlen also das schicken da und ja wohl nur die geld wahrscheinlich und dann sogar mehr geld dafür wahrscheinlich und das sind die leute die den preis dafür niedrig finden kann und wieso ich weiß es nicht okay ich werde es noch rausfinden ist das mikro kommt noch dieses jahr das ist ja klar aber ich verspreche euch es kommt dieses jahr noch sprich auf keine ahnung wann weil ich habe momentan nicht viel geld vor allem weil ich nur leute was schon weil ich ja noch andere sachen kacke sachen machen doch egal also auf gar keinen fall treffen lassen von diesen feuerbällen das wäre kacke alles ist kacke wenn der weg geht jetzt ist die sind die anders geladen ganz toll wozu kann ich hier hin gut ist natürlich einfacher mit dem vollen jetpack und müsste ich ganz am rande gehen wieder mal die jetpack ist einfach mein lieblings item ist es einfach das geil zu meinem namen dieses Prozent schulteile womit man Prozent wenn du dich brechen kann das finde ich einfach nur unnötig das einfach nur für die Zukunft und alles und das Hochsprung das ist cool das ist cool dann lassen wir es so lassen wir es auch cool ich sterbe nein 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 okay okay ganz ruhig ganz ruhig geschafft okay Leute jetzt passt auf hier es ist einfach nur gestört es ist am Ende ganz am Ende glaube ich es ist einfach gestört als ob die Entwickler geraucht haben genauso wie sie in dem letzten Level von dem Spiel als ob sie geraucht haben so fühle ich mich dabei das geil ist im letzten Level erwarten die auch noch kein äh singstert zu benutzen und das wird das mit spaß der wir das lege das mit spaß es wird spaß für euch mich zuzusehen wie ich leide möglich ist wenn wir überleiten oder er sei eher so heilsam mach jetzt und wie kann man einfach das ist nicht nur oder ich weiß nicht möge das leute ist mit überleiten damit das nicht schreibt in die kommis weil sie uns jetzt umgesehen kann das wenn ja da kann man so nicht erreichen ist man kann es am Ende erreichen ich freue mich da und da und da ist da ist da recht sie sehen sich weil sie sich nicht gut auf jeden Fall hatte ich ein Checkpoint ich weiß es gerade nicht ja hatte ich aber er war weit zu weit weg ich habe es einfach ich habe es einfach aber man weiß nicht wie man hinkommt zeige ich euch von der Oma können wir noch nicht hin dass das ist was ist das anderes okay da kommen wir noch Wetter muss man hier man würde ja normalerweise hier durchgehen man muss ganz weit noch da springen und darauf ich weiß nicht was wir von beiden kranker ist ob es mir überhaupt geht ist mir jetzt egal es ist einfach ich werde nicht drauf gekommen und von mir selbst wäre ich denn nie drauf gekommen vielleicht wenn ich 10.000 mal probiert hätte ausgesprochen dann vielleicht schon also wo ich wasche voll durch was mit mir los ich die stück einfach nur recht und jetzt muss ich aufhören aber ich habe noch nicht treffen lassen also von den Teilen glaube ich wenn dann nur von den Feuerteilen und sie wissen was ich das ist die das ist die das soll es richtig einfach aus ich weiß aber es war nicht einfach okay wir machen doch hier oben das eben ich mache keinen cut und zu schauen einfach die ganzen level in dieser welt die bonus level da braucht man einfach nur das jetpack mehr nicht das ist einfach so simpel das ist komisch aber okay habe ich nicht sehen auf jeden fall so das ist eigentlich ich glaube so am checkpoint oder so ich bin mir nicht sicher ich habe es ist schon es ist wirklich ich weiß nicht wie man es nennen soll ihr könnt selbst benennen wie es wollt da oben ist es ja und es ist so einfach dass es wieder schwer ist so würde ich jetzt nennen okay so würde ich es nennen wie man da hinkommt noch nicht nein 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 die sterben jetzt nicht jetzt sterben ja ich weiß ich habe ich ercheckt und hatte was da oben schon stecken das ziel und das level ist der volkurs oder ich war von dem fuhr und das abspringen hier hin und natürlich richtig treffen wie so wie ich und auch nicht zu sterben so wie ich das ist es ja kommen ich glaube es ist das letzte was wir heute machen noch machen mein deutsch und das ist echt wer die berlin geht nein ich hab's das ist jetzt nicht mehr los ja in der nächsten Folge werden wir dann Welt 4 alles durch das letzte Level äh hier in dieser Welt das ist also voll das Level und dann machen wir nicht Folge noch das letzte Level nein was ist mir los was ist mir hier los so ganz hoch ganz hoch hier rüber springen also ihr habt gesehen wie das geht das ist einfach so einfach dass es wieder schwer ist oder so schwer dass es wieder einfach ist wie man es will also wenn man es weiß es ist einfach aber wenn man es nicht weiß wie man da hinkommt weil man denkt ja vielleicht keine Ahnung was man was ich da denken würde ich würde mir sagen hä wie würde ich da hinkommen dann würde man irgendwann ausprobieren hier also es ist nicht alles es ist eigentlich der einfacheren sage ich mal es ist nicht so so schwierig ist es ist ja besetzt es ist ja wie selbst irgendwie so du musst halt äh wir sind halt nicht so schwer ja ich bin halt abgehärdet von der Deluxe Welt kann ich halt nicht genau sagen irgendwie man kann hier richtig nicht richtig spielen weil es so boom 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 das ist nervig so zack und geht weg macht mir die Tür wie genau denn und dann geh weg genau hä wie würdest du da durchkommen wie würdest du da durchkommen okay was was sorry aber ich das check ich nicht boah mir wird schwindelig ich schwör das nervt vor dieses brumm brumm kann es irgendwie ausschalten wahrscheinlich nicht oh Gott ja es geht halt noch weiter so boah ich schwöre mir wird schwindelig wenn ich das habe die ganze Zeit ich will das ist nicht gesund für meine Augen oder für mich selbst außerdem laut an bord alles wackelt das ist genau das ist immer was einstürzendem spiel und so ich kann das nicht haben das ist echt nichts für mich warm 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 weg und dann bewegt er sich ich glaube man braucht dir den Hochjumper und das was ich gehabt ist falsch ich bin zwar nicht hundertprozent sicher aber ich glaube ach ich muss hier lang hier lang deshalb sind ja auch so okay ja ich glaube man kann es auch erreichen mit dem Hochjumper aber ich bin mir nicht hundertprozentig aber es sei jetzt auch könnte man doch auch mit Hochjumpern also in das Level hier wo wir gerade sind rein ja ich habe ich extra umgebracht hat ja eigentlich nicht aber egal ich habe es im Raum heute ist ganz komisch wie sie kommt wir machen was noch ach stimmt das hier ganz direkt im Hintergrund seht ihr schon das TGA Level wo wir noch nicht hinkommen können mal wissen müsste man hier nach oben das aufmachen das können wir momentan noch nicht das kommt erst wie gesagt wenn wir alles haben alle Bonus Level fertig also alle 40 Golden Darm 2 oder wie heißen und hier einfach rüberfliegen wocht in diesem die ganzen Welt in der ganzen dritten Welt einfach nur den das bessere Jetpack wo was ist das mit ich bin es ist nahe oder wasser und wenn wasser dieses städtchen wasser wahrscheinlich ist es einfach nur Lava aber die Wollt hat so sie sagen dass es dazu passt zu der Welt in der Regel es ist aber irgendwie nur Dirk und die genauer hoch engen Lappen und hoch das ist dann los ich kann nicht hoch ja doch es kommt ja nicht so einfach ich mache das jetzt nur weil das Läder weil die Folge ein bisschen länger sein soll einfach weil ich Bock wir werden dann nochmals eins bis zwei also höchstens zwei Part ein paar wird knapp aber zwei wenn ich denke ich mal noch machen bis das ich schaffe ich bin und hier weil ich freu mich zu zahlen wieder brauche ich damit es schaffen ohne ein einziges und also nun mit meinem Messer Mann und erreicht meinen Schüter und aber das muss ihn so mit Sprung wieder machen ja ganz toll ganz toll ganz toll und es ist nicht nein und das hat wenn ich fliegende augen töten kann das ist mein beruf was ist mein beruf ich töte auch fliegende augen also falls ihr einen fingeraugenmörder braucht ich bin immer zu stellen wir kommen da jetzt hin ich dachte gerade hätte ich nicht mehr aber kann ich gar nicht erreichen so tscheki kann sich umbringen falls mein Mikro wirklich scheiße ist dann entschuldige ich mich aber ich hab echt ich wollte mich eigentlich ein bisschen chill in der sinne chill position sitzen aber jetzt bis ein bisschen mehr mein mikro und geschafft gold war so schwer ok leute das wasser für die folge nächste folge wie gesagt für die welt durch machen mit dem bonus level unten hier seht ihr schon 32 von 40 goldene diamonds irgendwie heißen ich glaub das ist in die goldene das hast du nicht scheint gedacht ey ich weiß es nicht ok die und die haut rein leute wenn es gefallen hat gibt eine positive bewertung schaut mal nix mal vorbei wahrscheinlich werdet ihr es wie sollt ihr das schauen gehen aber nicht egal haut rein leute Tschüss!